ein zweiter take von dem video ein zweiter take ein video von mir ich mach keine zweite take es geht gar nicht das ist scheiße ja ich hab keine lust mehr auf etwas und deswegen möchte ich dagegen etwas unternehmen und was mache ich damit ich wünsche ich könnte sagen was ich sagen will aber das hat die Konsequenzen deswegen genug Punkt